Mit Pferden durch die amerikanische Wildnis. Schauspielerin Marie Bäumer, gemeinsam mit Hawk, dem Mountain Man. Acht Bundesstaaten, 4000 Meilen. Von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze. Geschichten von Cowboys und Indianern. Eine Reise durch das wilde Herz Amerikas. Ein wilder Ritt durch den wilden Westen. Marie trifft Pat Pirelli. Von Cowboys und dem Spirit of the West. Mit Bären auf Tuchfühlung. Und zum Powwow bei den Schwarzfuß-Indianern. Das Abenteuer beginnt. Und zum paranoischen